Schnell aufleveln in The Witcher 3. Next Gen bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnacht. Hier dreht sich alles rund um Open World RPGs wie The Witcher. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Ich bin ja ein riesiger Witcher-Fan und freue mich mega, euch hier wieder durchs Next Gen Update zu begleiten. Ja, mein Speed Level Guide von damals, der ist tatsächlich noch aktuell, aber ich habe damals einige Versäumnisse gemacht, unter anderem euch Locations zu Farmspots zu zeigen. Und heute gibt es zwei allgemeine Tipps plus natürlich fünf Farmspots, beziehungsweise, ja, sagen wir, fünf Level Methoden und Hinweise. Wir gehen auf jeden Fall einige Glitchy-Methoden durch, wir gehen den besten Farmspot durch, wir gehen durch allgemeine Tipps und so weiter. Wird also relativ aufwendig, beziehungsweise intensiv. Starten wir durch mit Tipp Nummer 1, der Glitch. Der kann nämlich, sobald ihr in Wählen seid, gemacht werden. Beim letzten Mal habe ich versäumt, euch das Ganze zu zeigen, was die Location angeht, westlich von Ursten. Ursten ist nördlich von Krähenfels, also hier, und südlich von Novigrad. Und hier seht ihr diesen kleinen Pier, der ins Wasser ragt. Da nehmt ihr euch ein Bötchen und geht dann an meine Location hier. Und hier spawnen die Ertrunkenen auch im Next Gen Update noch unendlich oft. Und da könnt ihr dann einfach mit der Armbrust, also Fähigkeitenrad, Armbrust, die müsst ihr natürlich haben. Ihr müsst aus Weißgarten raus sein, ist klar. Armbrust-Wolzen packt ihr hier rein. Und dann wird einfach mit der automatischen Anvisier-Funktion am PC das Y. Da müsst ihr noch nicht mal mehr irgendwie groß was machen. Einfach Y drücken einmal. Und dann wird die mittlere Maustaste gespammt an den Konsolen, entsprechend das Äquivalent. Und so levelt ihr echt ziemlich schnell auf. Denn jeder dieser Ertrunkenen gibt euch natürlich EP. Und somit könnt ihr dann extrem schnell auf die höchste Stufe kommen. Sechs Erfahrungspunkte pro Ertrunkenen gibt es hier. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Ihr seht, ich bin Level 4. Vorhin hatte ich noch, was weiß ich, 200 EP-Punkte oder so. Und habe es nur ganz kurz gemacht. I don't know. Drei Minuten, vier Minuten. Und ihr seht, ihr könnt so wirklich sehr, sehr schnell aufsteigen. Das ist eine der besten Level-Methoden. Wenn nicht sogar die beste Level-Methode im Low-Level-Bereich. Aber vielleicht habt ihr da nicht so Bock drauf. Deswegen gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge. Ich möchte euch nach diesem ersten Tipp hier nochmal ein paar, das ist unser zweiter Punkt, allgemeine Tipps geben. Optionen. Und dann geht es natürlich ab ins Spielmenü. Und ihr wollt tatsächlich das automatische Level-Skalieren anschalten. Das heißt, hier unten habt ihr Feinde-Skalieren an. Die werden also auf euer Level hochskaliert. Die werden nicht niedriger skaliert. Das heißt, wenn sie höher sind als ihr, dann passiert da nichts. Aber ihr werdet auf jeden Fall immer Gegner haben, die euch in irgendeiner Form weiterbringen, EP bringen. Und so ist dieser Farmspot hier natürlich extrem viable mit Level-Scaling. Das ist echt super wichtig. Früher gab es das teilweise gar nicht, das Level-Scaling in The Witcher von Anfang an. Und somit war dieser Farmspot ja vielleicht bis Level 13, 14 so richtig viable. Darüber hinaus aber nicht mehr. Und ihr seht es jetzt, wie hier auch die Ertrunkenen, wie blöd wirklich spawnen. Einziger Nachteil ist natürlich hier der Sauerstoff. Der Sauerstoff, der ist echt nicht so fit. Und mit dem Next-Gen-Update, das möchte ich nochmal hervorheben, ist dieser Farmspot tatsächlich sogar verbessert worden. Erstens, er funktioniert noch. Und zweitens, die Armbrust, die schießt jetzt doppelt so weit. Unter Wasser, zwar nur noch halb so schnell. Ja, die Bolzen fliegen deutlich langsamer. Das wurde angepasst, aber ihr habt eine höhere Reichweite eurer Armbrust grundsätzlich. Und die wurde verbessert. Es gibt einige Armbrust-Skills, die braucht ihr hier aber gar nicht, weil, naja, sie sind halt eh One-Shot, die Gegner. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch diese Methode noch etwas versüßen. Mit einem Schwertwahl-Trank. Den gibt es nordöstlich von Ochsenfurt hier ungefähr. Bei so einem Gnom, bei so einem Alchemie-Dude. Da einfach hingehen, wenn ihr ein bisschen länger euren Atem haben wollt. Ja, jetzt geht es weiter mit Tipp Nummer 3. Und da wird natürlich wieder das Ganze gesponsert von Neckern. Ja, und die nächste Möglichkeit, um schnell zu leveln in The Witcher 3, ist es, Neckernester zu farmen. Ihr seht es immer mal wieder auf der Karte zum Beispiel. Findet ihr hier eins östlich in Wehlen, östlich von Lindenthal. Das ist so beim Rücker-Anwesen ungefähr hier. Da findet ihr relativ schnell hin. Wie gesagt, auf der Weltkarte ist das Ganze nochmal komplett rausgezoomt. Hier östlich von Krähenfels, wirklich im Osten von Wehlen. Und die Neckernester, die lohnen sich so wirklich, weil erstens habt ihr natürlich die Necker, die dann auch Spaß machen zu bezwingen. Aber es gibt noch einen kleinen Kniff, den ich euch auch im letzten Level-Guide verschwiegen habe, wie man nämlich zusätzlich zum Neckernester EP-Farm auch noch reich wird. Denn man zerstört diese Nester zwar, aber man nimmt nicht alles an Loot raus. Und das könnte sein, dass das Ganze ertragreicher ist. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ehrlich gesagt. Ja, wie war das mit dem gleichzeitig Reden und Videos aufnehmen. Ich habe übrigens zwischen der letzten Aufnahme und jetzt nochmal eine Pause von, ich glaube, drei oder vier Stunden gehabt. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, was der letzte Satz war. Aber die Pausefunktion in OBS, die hat wirklich mein Leben verändert. Ich werde jetzt nochmal kurz das Neckernest plätten und dann was dazu sagen. So, ihr macht nämlich das Neckernest platt. Und eventuell habt ihr nicht die Mod Auto-Loot drin. Dann könnte es sich nämlich lohnen für euch, hier nicht alle Items rauszunehmen, eins drin zu lassen und dann meditiert ihr ein paar Tage. Und dann ist das Neckernest nämlich wieder gefüllt mit jeder Menge Monster-Loot. Und so könnt ihr dann eben richtig schön farmen. Das kann sich also lohnen, die Neckernester immer wieder zu machen, zu meditieren. Ja, im Zweifelsfall sie auch eben nicht komplett zu plündern. Und ja, das ist eine ganz gute Methode, um nochmal zu leveln. Tipp Nummer 4, der ist so ein bisschen cheesy. Ihr geht zum Hauptmenü und macht euch einen Blood & Wine Spielstand. Ja, dann startet ihr direkt auf Level 35, könnt sofort ins DLC, das DLC einmal abschließen und dann ins New Game Plus gehen. Und ich finde, da hat man mehr Spielspaß. Allerdings empfehle ich euch eher so mit Level 50 nach Möglichkeit ins New Game Plus zu gehen, um wirklich das meiste aus dem New Game Plus Spielstand rauszuholen. Ist also, ja, wirklich sehr, 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 sehr cheesy. Ja, Tipp Nummer 5, zur EP-Verteilung allgemein möchte ich euch ein bisschen was sagen. Und dazu geht es natürlich einmal hier ins Quest-Journal. Die meisten EP, die gibt es über natürlich Hauptquests. Die zweitmeisten EP gibt es über Nebenquests, dann über die Hexer-Aufträge. Das ist das dritte. Viertens Gwent, fünftens Monsternester und Banditen-Camps und so weiter. Aber hier habt ihr natürlich einen höheren Speed, ihr könnt das wesentlich schneller machen. Und im Endeffekt, ja, macht es dann aber eigentlich die Abwechslung. Wirklich wichtig ist es allerdings, alle Quests immer auf eurem Level zu machen. Seid ihr also Level 7, macht eine Level 7 Quest. Denn mit Level 15 gibt ihr so gut wie gar keine EP mehr. Das ist also wirklich nicht zu empfehlen an der Stelle. Tja, und die letzte Methode, das ist natürlich die Methode, um auf Level 100 zu kommen. Die Methode, um im New Game Plus richtig abzufarmen, aber auch die Methode, um generell zu farmen. Dafür bin ich auf meinem Level 100 Geralt. Hier werdet ihr erstens reich und zweitens werdet ihr euer Level unendlich erhöhen können. Wenn ihr Gegnerskalierung anhabt, super praktisch. Und das sollte man wirklich, bevor man ins New Game Plus geht, einfach komplett abfarmen. Das ist meine große Empfehlung an euch, diesen Spot hier zu machen. Mir persönlich macht es viel Spaß, das hier repetitiv zu farmen. Das ist nicht für alle von euch was, aber ich finde es persönlich sehr, sehr nice. Was ist das Ganze? Es ist natürlich der beste Farmspot des Spiels. Die Burg Mount Crane im Blood & Wine DLC, also im Herzogtum Toussaint. Also wer das DLC nicht hat, der kann das nicht machen. Alternativ hier natürlich der Artach Palast. Der funktioniert genauso wie dieser Spot. Bevor ihr hier losfarmt, wie gesagt, Blood & Wine hier im Osten. Hier ist zum Beispiel dann der Palast. Hier ist das Weingut. Direkt einfach fast Luftlinie hier vom Basilisken. Ihr wollt diese Hansebasis plündern. Allerdings nicht den Anführer kaputt machen. Das ist immer das Wichtigste. Niemals den Anführer dieser Hansebasis plätten. Und im Idealfall schaut ihr euch noch einen meiner Builds an. Ich würde tatsächlich empfehlen, hier vielleicht ein Wirbelbild zu bauen. Und das ergibt wirklich Sinn, hier einfach schön mit Wirbel zu zocken. Das macht Spaß. Und so macht ihr hier wirklich jede Menge Schaden. Ich mache jetzt einfach mal ganz sporadisch hier einen kleinen Wirbelbild rein. Und dann werde ich auch schon da durchjodeln. Ihr seht dann, wie viel EP das pro Stunde gibt. Das ist unglaublich und auch echt viel Loot. Die EP pro Stunde seht ihr tatsächlich bei mir nicht mehr. Aber ihr seht, wie viel Loot das gibt. Denn ich bin ja schon Level 100. So, diesen Posten hier, den wollt ihr natürlich leer farmen. Ich würde hier die Wirbelskillung vielleicht oder die Artskillung euch empfehlen. Nach Möglichkeit. Und ihr seht es schon, ich flatsche die Gegner einfach so weg. Mit dem Wirbelbild, der jetzt nur sporadisch mal eben schnell gebaut wurde. Und das geht schon super, super gut. Ihr macht hier also einfach alle Gegner platt und lootet im Idealfall mit Autoloot dann schön die ganzen Bodies. Dann geht es weiter. Wenn ihr das komplett leer gefarmt habt, bis auf den Anführer. Da müsst ihr aber eh hier hochgehen für nicht da hochgehen. Das ist wirklich die größte Empfehlung. Das einfach gar nicht machen. Denn ansonsten könnt ihr das hier nicht mehr abfarmen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Dann resettet ihr den Farmspot. Und das ist wirklich der Kniff hier, das möglichst schnell zu machen. Denn Nachteil am Meditieren ist es natürlich. Und ihr seht, wie abgefahren das hier ist. Ihr metzelt euch hier durch die Gegnerhorden. Es ist mein absoluter Lieblingsspot. Fast alle Videos drehe ich hier. Ich finde den Spot total cool. Ihr habt hier eine super hohe Gegnerdichte und könnt Bilds halt wirklich extrem testen. Ihr geht hier runter. Ihr seht es, ich bin oben aus dem Burghof rausgegangen. Hier in diesen vorderen Teil. Und dann geht es hier in dieses Tor hinein. Und da seht ihr es schon. Ah, ab in den Untergrund. Erste rechts. Ihr geht bis hinten durch. Dann einmal kurz hier einen kleinen Linksschlenker. Und ihr seht dieses Portal. Geralt hasst zwar Portale, aber ihr hasst sie nicht. Denn sie resetten diesen Farmspot. Ihr geht einfach wieder zurück. Müsst nicht erneut Absude trinken. Das ist nämlich so der größte Benefit. Plus ihr habt eine Zeitersparnis. Einfach mal, weil ihr halt in dieser Basis bleibt. Nicht vor die Basis gehen müsst und trinken. Beziehungsweise meditieren. Sondern ihr könnt das einfach resetten, indem ihr hier ganz entspannt nach oben geht. Und ich habe aktuell immer noch den Ausdauer-Bug, den ja super viele seit dem Patch haben. Seit dem Next-Gen-Update haben ja einige da draußen unendlich viel Ausdauer. Deswegen kann ich auch unendlich wirbeln. Das ist nicht so gedacht. Und das ist auch das erste Mal in meiner The Witcher Playtime ever, dass ich einfach komplett unendlich wirbeln kann. Ist ein bisschen absurd. Fast wie ein Absurd. Und ja, echt total broken. Aber wenn ihr das nicht könnt, ist auch kein Thema. Denn ihr kriegt natürlich die ganze Zeit Adrenalin. Und kriegt das durch das Hitten der Gegner. Und damit könnt ihr halt aufwirbeln. Ist auch kein Ding so. Wenn ihr ein neues Spiel gemacht habt, dann könnt ihr das wahrscheinlich nicht. Das Ganze könnt ihr natürlich machen, indem ihr einen Blood-Name-Spielstand erstellt. Und dann direkt hier hindurch zieht, euren Charakter levelt. Und dann ins New Game Plus geht. Das ist natürlich eine denkbare Möglichkeit. Alternativ könnt ihr das einfach ganz normal durchspielen. Und hier am Ende dann richtig schön EP-Farm, Gold-Farm für die besten Sets im Spiel. So könnt ihr euch nochmal richtig schön pimpen. Und das meiste aus eurem Geralt rausholen. Also ich finde es persönlich sehr, sehr nice, hier immer wieder mich durch die Gegnerhorden zu metzeln. Und das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Ich bin ja ein großer Fan von Action-RPGs wie auch Diablo und Co. Ich mache sowas ja total gerne. Für die, die für das Nichts ist, das kann ich nachvollziehen. Den würde ich eher auch vielleicht Open-World-Exploring empfehlen. Du levelst nicht so schnell wie mit dieser Methode. Das ist die mit Abstand schnellste Methode. Dann mach eher ein Haupt-Quest, vielleicht ein paar Neben-Quests. Die Hexer-Aufträge machst du eh im Regelfall eben für die Absude, für die Tränke und für die Rüstungssets. Dafür machst du ja die. Und ansonsten macht wirklich einfach Open-World, wenn ihr normal leveln wollt. Da müsst ihr die Gebiete halt so ein bisschen abfarmen und immer mal schauen, dass ihr alles schafft. Aber es gibt natürlich nicht straight up den Way to go, sondern jeder da draußen wünscht sich ein anderes Spielerlebnis. Und für andere ist es total stupide, denselben Farmspot immer wieder abzufarmen. Die hassen sowas und wollen sowas nicht machen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Andere wiederum finden es super, das Maximum aus dem Charakter rauszuholen. So bin ich immer so ein bisschen drauf. Und deswegen mache ich auch gerne hier mal so einen Farmspot dann. Also mittlerweile habe ich den bestimmt auch schon ein paar hundert Mal abgefarmt. So ist mein Spielstil. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Also allgemeine Tipps. Wirklich Level-Skalierung an. Immer Quests auf euren Leveln machen. Die meisten EP geben Haupt-Quests. Dann kommen Neben-Quests. Dann Hexer-Aufträge. Dann Gwent. Und dann erst Monsternester. Aber Monsternester könnt ihr spammen, während Quests nach einem einmaligen Erledigen weg sind. Bis auf einige verbuggte Quests, die es früher gab. Das habe ich aber noch nicht ausgetestet, ob das noch funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit. Übrigens wunderschön hier in Toussaint mit dem neuen Wasser, oder? Also mit dem verspiegelten Wasser. Das hat nochmal eine ganz andere Magie. Und das sieht ja mal abgefahren aus. Diese beiden Spitzen des Berges. Die beiden Felsen. Nicht Spitzen des Berges. Total genial. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und habe euch ein paar Tipps mitgegeben, wie ihr jetzt effizienter levelt. Na, also für den Anfang ist es natürlich die ertrunkenen Methode, die da wirklich euch aufs nächste Level nochmal pushen kann. Wenn ihr nochmal ein paar EP braucht, dann kann man das da gut einfach mal farmen. Oder auch ein paar Stunden, wenn man möchte. Holy shit. Haben wir hier noch ein 1000-Füßler-Nest nicht entdeckt? Das ist ja cool. Weil bei den 1000-Füßler-Nestern, das ist auch eine Frage, die ich sehr häufig kriege, kannst du tatsächlich die Mutter-Gene farmen? Die roten Mutter-Gene, die kannst du ja, also theoretisch kannst du ja alle farmen, du kannst sie ja immer umändern. Aber du kannst ja die 1000-Füßler-Nester einfach nicht komplett plündern, ebenso wie bei den Neckarnestern. Und die Absude eben, nicht die Absude, die Mutter-Gene da rausluten. Ich finde jetzt hier leider keine und schon hast du eben auch ganz viele davon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Video zu The Witcher. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinen Song Heiß mit Igni mal reinschaut. Und wir sehen uns dann bald, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre wirklich legendär, wenn ihr das macht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.